Muss ich das machen? Das ist ich. Ein Zwergbaum? Ja, das ist ich. Und wo hast du deine Kinder? Ich habe nur mittlerweile einmal nach Husum gefahren. Die sind alle zu Hause. Siehste, ich wollte auch gerade aufhören. Ich auch. Dann gehen wir erstmal wieder rein. Na ja, meine Socken. Komm mit rein. Äpfel. Äpfel. Zwerg. 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 Habt ihr die Foto von Vietnam noch? Oder? Ja, aber die habe ich. Ach Gott, wo ich die jetzt habe, das weiß ich nicht. Dann muss ich die höchstens noch großen. Ne, brauchst du nicht.